Von vor kommt der Bischof! Ich habe noch keine Meinung, ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen nun, dass Berlin auf der Artilleriefeier liegt. Hören Sie den Bischofs nicht? I had never heard of you! Don't call me again! Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steckt fünf Kilometer vom Stadtkampf und ich erfahre das heutzutage auf Nachfrage.